Ja wir wollen natürlich auch nicht spoilern. Geht natürlich selber ins Kino. Schaut euch den Film an. Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Peterle und wir chillen gerade am Rhein. Wir, das sind Paluten, der liebe Dena, der kleine Jimmy und ich. Ich bin gar nicht klein. Na doch, ich bin größer als du. Ich auch, ich bin auch größer. Im Kopf. Aber das wirkt in den Videos immer, der bearbeitet die immer so richtig komisch. Auf einmal bin ich so klein. Nee, du sitzt und stellst deine Schule auch auf die niedrigste Stufe ein. Ja und ich gehe immer auf meinen Knien. Wir können uns hier was leckeres zu trinken am Rhein und Leute, ich hatte gerade meinen ersten Longboard-Unfall, aber ich hab nichts. Also ich hab ein bisschen Schramm hier, aber gar nichts. Boah, ich hab mir wehgetan. Und meine Kappe hat's aber irgendwie erwischt. Boah, krass, Alter. Der muss amputiert werden. Das regt mich richtig auf. Ich hab mich so abgeholt wie ein Action-Superstar. Ja, deine Kappe ist richtig schmutzig. Ja, das regt mich richtig auf. Riech mal um, das ist auch richtig dreckig, Alter. Nee. Aber ey, ich hab mir nichts getan, aber mein Hoden tut ein bisschen weh. Hoffentlich ist da nichts Gefährliches dran. Nichts, was nicht gefährlich war, Alter. Jetzt ist da nichts Gefährliches dran. Könnt ihr mal gucken, ob da was dran ist? Da hätte was Gefährliches rauskommen können in so ein paar Jahren, aber jetzt halt nicht mehr. Ich kann's lieber mal deine Freundin fragen, irgendwie da mal nachgucken. Ja, Leute, heute läuft's wieder so ab. Ich filme ein bisschen so den Hinweg und Palle, weil er seine Cam immer noch nicht hat, filmt dann den Rückweg. So läuft das wieder ab. Und ja, wir gönnen uns jetzt noch einen Lüden und dann geht's wieder auf die Piste. Bis später! So Leute, wir fahren jetzt noch ein bisschen hier am Rhein entlang. Und heute Abend geht's ins Kino mit Sturmwaffel und Conkstrafter. Wir gucken uns The Avengers an. Und ja, ich hoffe, dass ich schon das richtige Shirt anhab, das Avengers-Shirt. Und ich bin mal gespannt, wie der Film wird. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den fandet. Denn ich bin einfach so ein mega Marvel-Fan, also Marvel, also Comic an sich, Marvel-DC-Fan. Gucken wir da eigentlich echt alles an. Ich bin mal gespannt, der erste war ja schon richtig gut. Und ich hoffe einfach, dass der mega wird. Mit so vielen Superhelden drin. Joa, und wo sind die Boys eigentlich? Stehner. Oh! Ich hab fast schon wieder hingefallen. Palle, da ist ja auch Palle, der kleine Bösewicht. Wieso Bösewicht? Weil die Frisuren haben immer nur Bösewichte. Ja, meine Frisuren ist völlig out of control. Out of control. Ja Leute, jetzt geb ich Palle die Cam und er filmt jetzt den Rückweg. Dann schaut einfach mal bei Palle vorbei, der ist unter der Kanalbeschreibung verlinkt. Und ja, schaut euch rein, was der kleine Bösewicht da so macht. Bis heute Abend, wenn ich dann im Kino bin. Tschüss! So, ich bin gerade auf dem Weg ins Kino. Da warten auch schon Smurf und Luca. Leute, heute war echt ein Tag. Ich musste gerade noch mal nach Hause duschen, denn ich bin heute zweimal mit dem Longboard hingefallen. Hier könnt ihr es sehen. Es ist nicht wild, aber das Handgelenk war halt schon mal gebrochen und es pocht halt die ganze Zeit. Ich hoffe, dass da nichts Schlimmes ist. Und die Cam ist auch schwer zu halten gerade. Ich hoffe, dass da nichts Schwerwiegendes ist. Und ich will einfach jetzt den Film auch genießen, auf den ich schon so lange warte tatsächlich. Und ich hoffe, dass der die Erwartung erfüllt. Gleich torgestaucht ein bisschen mit Smurf und Luca. Und ja, denn ich habe auch die Karten. Die Jungs stehen da jetzt immer. Ich habe die heute schon gekauft. Und gucken, was die Boys zu dem Film sagen. Jetzt habe ich die zwei Boys gefunden. Nur mal ein kleines Statement. Seid ihr... Du machst es ja mit deiner kaputten Hand, ey. Was ist los? Ja, das geht noch. Boah, das sieht ja richtig krass aus. Ist das der gleiche Vlog? Ist das Blut? Ja, ist der gleiche Vlog. Blut? Lass doch mal einen Daumen nach oben da. Bei 10.000 Likes geht es, Peter, ist schon viel besser. Ich bin so verwirrt gerade. Und klickt alle auf die Werbung. Dann kann er sich auch die Operation leisten. Ja, Leute. Seid ihr gespannt heute auf den Film? Habt ihr Bock drauf? Ich bin richtig unterschockt, Alter. Seit dem Unfall. Ich weiß gar nicht, wie ich heiße. Franz? Franz? Ach, stimmt, Alter. Ne, aber jetzt mal ohne Spaß. Habt ihr Bock auf den Film? Ne. Wir gehen jetzt in Ostervind 2, ne? Ostervind 2, Alter. Ostervind heißt das noch. Ostervind. Ostervind ist schon vorbei. Ja, wir gehen jetzt ins Kino. Juhu. Juhu. Ja, Leute. Wir sind jetzt bei Paluten hier im Zimmer. Waren gerade im Kino. Und ja, der Film war super, super geil. Ich bin ja so ein Marvel-Fan. Und mir hat der Film sehr gefallen. Luca, wie hat dir der Film gefallen? War ein guter Film? Ey, ich muss ehrlich sagen, ich fand Avengers 1 echt geiler. Also von der Story und allem und auch. Aber es war wieder extrem geil gemacht. Also die ganzen Szenen, wie das alles bearbeitet war. Ja, wir wollen natürlich auch nicht spoilern. Geht natürlich selber ins Kino. Schaut euch den Film an. Mir hat er super gefallen. Und ich finde auch, dass er nicht so gut war wie der Erste. Aber egal. Und ja, wir haben jetzt ein bisschen FIFA gespielt. Luca kann nichts. Ich habe 10-0 gewonnen. Und ja, Leute. Damit beende ich meinen kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und natürlich einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Und seid das nächste Mal wieder dabei, wenn ich vlogge. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis dann. Tschaußen.